Äh, Talia hat sich gerade gemeldet. Er muss bestraft werden. Okay. Wer auch immer es nochmal war, aber... Äh... Ich will erstmal gucken, was ich so für Kostümsachen bekomme, und damit hast du total viel in der letzten Zeit gedacht. Ja, wir haben ein paar noch bekommen. Aber ich kann das trotzdem schon anmelden. Oh, Rolle auswählen, du kannst Heiler auswählen. Äh, das wäre... Achso, es ist, äh... Ein, 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 eine... Vierspieler. In der Massenkontrollrolle besteht darin, Feinde zu behindern und in den Energiepool der Teammitglieder aufzuladen. Ich mach Schaden. Ja, und ich heilere, ne? So, und theoretisch... So. Und dann spielen wir sicher wieder mit zwei ganz netten Mitspielern. Mit denen wir sehr viel Kontakt haben werden. Bestimmt. Ach, ich bin selber so negativ. Nein, ich meinte doch, wir werden ganz netten Kontakt mit den Spielern haben. Das meinte ich so. Wie ich es gesagt habe. Oh, hier ist Prinzess 4. Oh, die sieht cool aus. Oh, ich will in deren Team sein. Nein, Prinzess 4, geh nicht. Nein. Was denn? Hier ist eine richtig coole, coole, coole Superschurkin. Das ist jetzt mein Idol. Hab ein Screenshot gemacht. Wow. Was ist jetzt das, was du da angefangen hast? Äh, äh, Gorilla. Ah, ich muss erst mal angeben, welches Dings ich bin. Warte, F1. Rolle wechseln. Nein, nee, F1. Jetzt bin ich heiler, oder? Ich glaube schon. Mein Idol hat mich gerade fertig gemacht, aber... ...das war es wert. Bei mir steht, wähle eine Rolle. Du musst noch bereit... Achso, du musst bestätigen, musst du noch. Ah, da muss ich drauf tun. Äh, heiler. Es gibt Aufpasser. Ich dachte mir, Aufpasse. Nee. Ah, finde ich echt cool. Ah. Die Person da, oder? Ja, vor allem mit dem Schwert so hinten. Das will ich auch. Weil du Schwertkämpfer bist? Nein. Aber ich will das Schwert haben. Hier kommt vor, dass ich raus. Oder nee. Der macht's. Der Legendäre. Das wird ein Kampf. Oh Gott. Oh Gott. Er ist tot. Also das war... ...einseitig. Hier, komm, versuch du's doch. Das war so rein, richtig mitten in die Fresse und dann... ...und der im Blende. Oh, dieser eine mit deinem Universumsding. Das ist so nervig. Hier, komm. Komm, ich hab gegen Dings verloren. Und jetzt kämpf du mal gegen Adam McVeigh. Ist er so stark, oder? Ich hab keine Ahnung. Aber er ist ein Speedster. Nimm mal diese Speedster. Schau dir doch an. Er sieht aus wie irgend so'n... ...schuldig, Junge. Der sieht echt strange aus. Ich bin ein Bösewicht. Komm, vor dir hin da raus. Das kann nicht blächerlich werden. Sind wir immer noch in der Warteliste? Aber wir sind jetzt erst ja in der Warteliste, seitdem ich mein Roll ausgewählt habe. Ja, genau. Wir können in der Zeit natürlich noch was anderes machen. Soll ich gegen ihn kämpfen? Komm, so. Ich kämpfe. Du geh'n. Okay. Gut. Komm. Komm. Ich trau' mich. Oh, er nimmt nicht an. Oh, er nimmt an. Shit. Und er läuft weg? Okay. Krasses Duell. Hast du gewonnen? Nein, er ist abgehauen. Ja. Ernsthaft? Ja, ja. Krasser Speedster. Er war so schnell, er hat sich nicht mehr im Griff. Ja gut, wir können, wir können uns auch jetzt, ähm, zum gigantischen Versprechen bewegen. Wir können ja auch gegeneinander kämpfen. Können wir. Aber wir brauchen eine gute Arena. Auf einem Haus. Dach. Ja, klar. Warte, haben wir überhaupt noch Skillpunkte? Wir haben doch Level gekriegt, oder? Hast du einen Fertigkeitspunkt halt? Ja. Ja. Vergeben. Das ist Widowmaker. Bitte was? Das passt hier nicht rein. Nee, sie heißt auch nur so. Bist du draußen, oder? Ich bin draußen. Dann springe ich nach draußen. Und ich suche irgendein Haus mit... ...das hoch ist oder so. Wobei einfach nur... ...ein Haus, was irgendwie nicht so... ...gigantisch ist, wie Giganter. Von der Fläche her. Oh, wow. Stimmt, das fühlte mich. Hier da hinten eines von den Hochhäusern können sicher gut sein. Ich muss ja auch eine gewisse Breite haben, ansonsten ist es halt auch... ...ja... ...von wir beide Pferdenkrampf haben, oder? Bis auf die Skates halt. Wie die Skates nicht passen. Autos weg! Was denn? Was denn? Ich hab die Autos weggebucht. Bei mir steht wieder Besiege-Amazon. Jaja. Das steht bei mir auch wieder. Aber ich glaube, ich hab den perfekten Ort gefunden. Und das lassen wir uns jetzt nicht von irgendwelchen dreckigen Amazonen nehmen. Boah, beleidigst voll krass, Amazon. Amazon? Bad Boy. Prime? Ja, ich flieg grad zu dir. Ja. Ich auch. Also zu mir. Ich glaube, wir können... Ich glaube, es könnte sogar eines der höchsten Gebäude von Metropolis sein. Wenn alles gut läuft. Boah. Da bin ich schon froh, dass ich diesen Enterhaken hab. Oh. Ah, das hinten könnte auch rüber sein. Aber sonst... Sonst könnte ich... Könnten wir hier sogar wirklich auf einem der höchsten... Es ist echt schon hoch. Aber es ist dadurch blöd. Oh, Mann. Ah! Ah, hier gibt's ja richtig viel Fläche zum Kämpfen. Ja, das ist das Problem. Dann können wir doch auf das kleinere daneben. Da hast du ein bisschen mehr Platz. Ja. Warte. Warte. Oh! Ich versuche hier grad ganz hoch zu kommen. Das geht nicht. Ähm, warte. Äh, du meinst, dass... Oh! Nee. Welches meinst du? Da, wo ich grad bin. Warte. Ähm. Da unten? Nee. Doch. Du bist unter mir, oder? Ja. Oh. Wow. Wow. Schrei mich ruhig an. Oder warte, das Gebäude da. Hier, vor uns. Das sieht sehr frei aus. Wir müssen einfach nur kämpfen. Nein. Es muss spektakulär sein. Das muss perfekt sein. Das muss perfekt sein. Außer wie, außer du willst hier. Ich will einfach nur kämpfen. Okay, komm. Auch wenn ich verliere, weil ich nur High-Fähigkeiten habe, Mann. Okay, komm. Okay, wie machen wir das jetzt? Weißt du's nicht? Du warst noch der PvP-Experte. Ähm. Nee, nicht F4. Warte. F1. Äh. B-B-B-Duell-Modus. Aktivieren. Du musst, du musst annehmen. Oh. Okay. Ich bin bereit. Oh shit, mal boy. Einer wird runterfallen und es ist vorbei. Oh shit. Aber der Kaffee ist doch nicht vorbei, oder? Das ist noch in der Arena. Oh, ich war kurz außerhalb des Bereichs. Ach du Scheiße. Habe ich gemerkt. Oh fuck. Ist das dumm. Ist das dumm. Aber es ist doch schon, es ist doch schon eine Mega-Arena. Shit. Shit, shit. Ja, außerhalb des Bereichs. Ja, komm. Du, du mich ausspielen. Was war das denn? Eisatem. Wie man hier einfach nicht ausweichen kann. Aber es ist schon, es ist schon eine Arena, die... Oh, spannend ist. Oh. Shit. Oh shit. Oh shit. Nein, ich war kurz runter. Nein. Ich habe verloren. Auch wenn... Oh, nein. Yes. Aber es war echt knapp. Es war echt knapp. Aber ich bin echt runtergefallen. Aber ich muss sagen... Ich hätte das verloren, Mann. Ich weiß. Aber deswegen... Aber somit bin ich Duell-Experte. Total. Weil ich sogar eine Schiefwind bekommen habe, also... Aber ich finde sogar, dass es dadurch eigentlich eine ganz, ganz coole Arena war. Nein, ich... Ja, finde ich auch. Weil es halt nicht nur dieses K.O., sondern auch so eine wirkliche String-Out gab. Oh, netter Umheim. Ja, danke. Das ist halt ja die Nummer. Ja, genau. Aber ich... Aber ich sage mal so... Bei solchen Arenen, da sind Duell-Experte sicher richtig cool. Und nächstes Mal gewinne ich. Das Problem ist halt... Ich habe halt auch wirklich keine Angriffsfähigkeiten. Außer halt den einen Brüllangriff. Ja, deswegen... Wobei, hätte ich dich mit meinem Schrei auf die andere Seite... Ja, ich bin ja auch ein paar Mal runtergefallen. Ich auch. Aber nur einmal auf die falsche Seite. Einmal richtig. Aber es war echt ein verzweifelte Moment. Ich habe gemerkt, wie das ganze Leben von Fegefuchs inklusive der Flashbacks vorbeigezogen ist. Schlimm. Sie dachte, alles wäre klar und dann... Und dann ist sie das Gebäude runtergestürzt. Und schrie. Mit furchterregenden Schrei des Todes. Oh, sowas noch. Ja, wollen wir dann doch die Aufgabe machen. Ja, ne? Ich finde da war schon so ein bisschen. Oh, da ist eine lüsterende Kultistin. Die hat mich getötet. Oh, und dann haben wir es gefunden. Hey! Was los? Hä? 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 Zone nicht verfügbar? Warum sind hier so viele Leute? Das ist doch der Anfang. Ja! Wurden wir... Ah, weißt du? Zone nicht verfügbar. Ich wette, eine Zone wurde dicht gemacht. Vielleicht, weil da zu wenig Leute waren. Und dann wurden halt wieder zwei Zonen zusammengefasst. Und deswegen ploppen gerade alle... Guck mal, weil alle ploppen gerade hier auf. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum so viele... Ach ja, wir sind auch noch auf der Warteliste. Okay. Schade. Ich wollte... Ich wollte schon... Da haben wir einen magischen Deadpool-Like. Ja. Dieser Typ in Gelb ist ja mal... Irgendwas ist ja krass. Eklig. See you in Night. Ja, Hauptkass, ne? Ja, ne? Hilft alles nix. Gigantisches Versprechen. Ja. Besiege die Amazonen. Also das ist diese Amazonen-Quest. Wie wir die Hauptquests einfach immer so... Ja, ja, komm, das ist nur so ein Nebending. Ey, ne, wir haben die Zone gewechselt. Wir könnten vielleicht mit Gigantus das Ding noch ausprobieren. Das müsste... Oder nicht. Das müsste aber auch ungefähr da sein, ne? Weil ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung wir müssen. Ich folge... Ne, wir gehen einfach erstmal dahin, wo die Hauptquests waren. Wir sind im Öko-Korridor. Da ist ein Speedster! Oh my God! Oder warst du etwa so schnell, dass du dich zweimal gesehen hast? Ich hasse Speedster. Lord Lünecke. Der ist weg. Der ist durch die Zeit gereist. Ist denn falsch? Hier, hier müssen wir hin. Ich war schon vorher da. Ich bin wieder zurückgelaufen und wieder hin und wieder zurück und wieder hin. Alles klar. Ja, ja. Ich bin oben auf dem Dach. Okay. Ich, äh, wir siegen Amazon. Ja, hier kann man auch Amazon siegen. Ja, hier kann man auch Amazon siegen. Ja. Ja, hier kann man auch Amazon siegen. So, befreien wir den Bestiamor. Was hast du getan? Ein Collectible. Oh, haben wir schon fast alles. Aber hier sind auch voll viele Spieler jetzt, weil wir, äh, zusammengefügt wurden. Ja. Das heißt aber, dass es anscheinend auch noch echt viele Leute spielen, die auf dem Sam-Level sind wie wir. Das stimmt. Naja, oh, beziehungsweise alle aus der Metropolis wurden wahrscheinlich dahin gebeamt. Kann ich mir vorstellen. Ja, gut. Gut, in Gotham gibt es sicher auch noch Leute. Was für ein Gift ist das? Das stimmt. So, jetzt noch ein. Achso. So, das fand ich ja so. Unhemd. Aber das ist jetzt tatsächlich eine andere Hauptquest, ja dann. Also wir gehen jetzt ganz woanders hin. Ja. Er hat etwas, das sich ganz ausgezeichnet eignet in dieser Situation. Er hat etwas, das sich ganz ausgezeichnet eignet in dieser Situation. Oh, der lilan ist Beatster. Wo bist du denn wieder? Ich will uns einfach nie miteinander kämpfen. Oh, in Stunts betreten. Okay, gut. Ich habe aus Versehen auch schon bestätigt. Ich wusste, was ist das? Ich hätte auch B drücken können aus Versehen. Oh, boi. Oh, hallo, Bozo. Oh, guck mal, wie... Da, da. Oh. Guck mal, wir haben sogar einen richtigen Clown. Musik! Wir kämpfen gegen Gorillas. Jetzt habe ich alles gesehen. Das Gute ist, wir haben ja wenigstens ein Heil... Auch wenn ich nicht ganz so dauerhafte Heilfähigkeiten habe, das ist eben komisch finde. Ich würde einen auch aufpassen, dass... Ne, das ist diesmal vielleicht etwas schwerer als diese Joker-Sache. Ja. Davon gehe ich aus. Oh Gott. Der eine greift mich an. Mich greift Beere an, Bo... Oh, warte, 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 warte. Ich, 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 ich komme zur Hilfe. Ich weiß nicht, wo du bist. Hilfe, ich sterbe. Ich bin tot. Dadurch, dass tatsächlich alle auseinander liefen. Ja. Wie immer, ne? Ich hatte so eine große Hoffnung an Bozo. Guck mal, da können wir jetzt, wenn wir Escape heißt, fliehen. Oder Versammlung. Hm? Weil ich kann auch Versammlung auswählen. Ich kann auch Fliehen auswählen. Ah, dann, dann, ah, ich spawne gerade wieder, wo ich gerade gestorben bin. Ah, Habgier. Wo müssen wir die Kisten hinbringen? Also, hast du fliehen gedrückt, oder? Ne, Versammlung. Welche Taste ist denn das? Ah, ne, okay. Ah, 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 war es bei mir. Ich bin da. Wo bist du? Ich bin hier oben und hab irgendwo eine Kiste. Ich weiß aber nicht, wo ich die hinbringen soll. Ah, Bozo ist auch Level 42. Guck dir das doch mal an. Ja, der klärt. Der klärt in dieser Level 13 Mission. Und deswegen kann er auch so random einfach die Action machen. Du bist wieder alleine. Was? Du warst doch gerade hinter mir. Nein. Hä? Alter, ich bin kein, kein Hauch zu dir hingegangen. Ich stand da immer noch. Ich hab's nicht mehr mehr. Pass. Endlich. Und sterben wir wirklich die ganze Zeit. Okay. Okay.